Hallo Mr. Krabs! Heute machen wir Party! Ich mach heute Party! Machst du heute Party? Ich mach heute Party! Machst du heute Party, Spongebob? Ich mach heute Party! Machen Sie heute Party, Mr. Krabs? Ich mach heute Party! Machst du heute Party, Spongebob? Ich mach heute Party! Anyways, werden wir verlieren, weil ich hab auch so in mich gevotet. Das war ein Fehler, es tut mir leid. Ich vote Jackie, einfach so, komm. Ja, ich hab mir gedacht, nee, das wär ja unfair, deswegen hab ich Falco gevotet. Danke, Hans, und jetzt wirst du einen von uns umbringen und gewinnen. Ihr habt es erfasst! Siehst du aus Falco, der ist verrückt! Ich gucke. Lauf einfach weg! Klaus Kinski lebt, ich werd bekloppt. Lauf weg, lauf einfach weg! Achso, ja. Falco! No risk, no fun. Das ist mein Motto. Wir machen was schönes. Ich fühl mich wie beim weißen Halt. Dun 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 dun. Entkomm ihm einfach, dann kann ich den Emergency Meeting drücken. Okay. Dann mach scheiße auf die. Jetzt hat er mich eingeschlossen, der Penner. Aha! Weg 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 weg. Hallo meine Freunde! Vor euch steht in der Tat... Falco! Ein Genie! Falco! Ich hab Angst! Gott, Panik! Ich lauf wie ein Beklopter! Nein! Das ist... Scheiße! Hast du nicht gedacht, dass ich das tu, oder? Nee, hab ich nicht! Falco, du musst dann überleben! Nein! 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 Das war ja nicht... Okay, Hans wird mir zu psychopathisch. Ich muss weg hier. Das war ja... Okay, tschüss! Du bescheuertest... Das war dir das liebe bescheuerteste Runde ever. Ich will nicht mehr Imposter sein! Also du bist ja nur noch Imposter, Hans. Ja, ich will nicht mehr! Ja!